Ja, liebe Leute, willkommen zur ersten Ausgabe von Reda redet im Jahr 2024. Gerade hatten wir noch Weihnachtszeit, jetzt haben wir schon wieder Karnevalszeit. Und da wir ja in Kastrop mittlerweile eine Karnevalshochburg sind, bin ich dazu verpflichtet worden, an diesem ganzen Spektakel auch teilzunehmen und habe mich im Anlass entsprechend auch gekleidet. Mein heutiger Gast hat nichts mit Karneval zu tun, sondern mit Blues. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Chris Kramer. Ich grüße dich, Chris. Hallo. Ja, mein Lieber, schön, dass du da bist. Auch einer aus dem Pott, aus dem Ruhrgebiet, 1970 in Mahl geboren. Genau. Wie kommt man als Maler, Bürger, zu Blues? Den Blues habe ich entdeckt mit 13 im Radio. Und zwar gab es da eine Sendung, die hieß Blues at Night. Und die habe ich dann damals noch mit Kassetten, die Älteren werden sich erinnern, und alles mitgeschnitten. Und habe dann da Muddy Waters, John Lee Hooker, Billie King kennengelernt, aber eben auch unbekanntere Geheimtipps. Und da habe ich dann schon dann viel Blues gehört und habe irgendwie gemerkt, boah, das ist eine besondere Musik. Und ich war natürlich der Einzige in der Klasse, der Blues gehört hat. Das war so die Zeit, wo man dann so Duran Duran gehört hat und Wham und solche. Die 80er. Und die Vanillahosen haben die da alle getragen, die anderen, die kein Blues gehört haben. Und den Spaß hast du nicht mitgemacht? Nein. Keine Schulterpolster? Nein. Kein Miami Vice? Nein, nein. Wobei Miami Vice, die fand ich natürlich cool. Wobei, richtig cool fand ich Clint Eastwood. Aber Miami Vice fand ich auch ganz cool. Du sagst, Blues im Radio, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Gehe ich davon aus, dass das hier WDR und wie ist? Ja, ja, das war WDR. Und da gibt es auch eine Anekdote, wie so oft in meinem Leben. Und der Hans W. Ewert war einer der Moderatoren. Ja. Und viele Jahre später hat er mal bei mir angerufen. Und ich wusste natürlich, er so, ja hallo, ich bin Hans W. Ewert. Und da wollte er sich erklären und ich so, ich weiß, wer du bist. Warum rufst du nicht an? Und das war dann Pfingsten, eine Radioserie, auch beim WDR in Köln. Und er konnte wohl auch ein bisschen Mundharmonika spielen. Und er sollte dann bei einer Sendung dahin, aber er wollte halt nicht so mit den Kollegen und wollte das so professionell halten und hat gesagt, hier, ich empfehle euch den. Würdest du kommen wollen? Und da habe ich gesagt, ja, gerne, aber nicht so früh, so spät, wie es geht. Und dann so bin ich angeguckt und die Christine Westermann hatte mich dann interviewt. Und da war ich da und das war irre gut. Also ich kannte die gar nicht und ich hatte, es lief super für mich. Die hatte vorher einen Telefongast, mit dem die geredet hatte und da kam die gar nicht dazwischen. Und ich war immer quasi bei der Redakteurin und die Redakteurin immer, Christine, jetzt unterbricht die, oh Gott, die Zuschauer, die schalten alle ab, die schalten alle ab. Oh Gott, und der konnte wohl reden, ohne zu atmen. Und dann kam ich und da waren die so happy, weil ich so gut erzählen konnte. Und das war dann ein tolles Interview. Und dann hat die Christine Westermann sich noch dafür eingesetzt, dass ich Geld kriege. Und damals gab es dann noch D-Mark und dann wurde ich dann sogar richtig bezahlt. Und das habe ich dann dem Hans-Wi Ewa zu verdanken gehabt, weil er mich empfohlen hatte. Und so hat sich dann 20 Jahre später oder 15 Jahre später der Kreis geschlossen. Ich habe gelesen, dass du jetzt relativ spät zum Musikinstrument gekommen bist. Ja, tatsächlich. Meine Musikerkarriere wäre schon im Alter von sieben fast beendet worden. Meine Mutter ist in der Kirche aktiv oder jetzt nicht mehr, aber war ihr Leben lang so im Presbyterium und hat dann auch auf eine christliche Erziehung geachtet. Und dann war ich als Siebenjähriger im Kindergottesdienst. Und dann sagte die Leiterin so, jetzt singen wir ein Lied und alle Kinder singen mit. Nur der Chris Kramer nicht, der kann nicht singen. Und dann drehten sich alle um und lacht mich aus. Und da war ich sieben und habe geweint und bin nach Hause. Und meine Mutter hat mich da getröstet und da habe ich ihr das erzählt. Und dann sagte sie, oh, wenn das da so ist, dann musst du da nicht mehr hin. Da war ich echt schon mal froh, dass ich da nicht mehr hin musste. Dann sagte sie, ich nehme mich mit in die große Kirche und wenn ich bei dir bin, dann lacht keiner über dich. Und dann konnte ich da in Ruhe 13 werden und habe dann nochmal, bis zur Konfirmation, habe dann noch fünf Jahre gebraucht, bis ich 18 war. Bis dann so Leute, die hatten eine Blues, die meinten, du sollst unser Sänger sein. Und dann habe ich gedacht, die fahreppeln mich. Und wenn man dir, nee, ich glaube, du bist, du weißt halt selbst noch gar nicht, aber du bist der Richtige. Und dann habe ich das gemacht. Und die Geschichte erzähle ich dann auch mal den Kindern, wenn ich meine Kinderprojekte mache. Und dann mache ich mich, also in der Regel mache ich die Lesereisen für Grundschulen. Und dann mögen mich die Kinder, weil ich dann so eine eigene Schwäche zugebe. Und die kommen dann und sagen, du singst aber gut. Und dann will ich denen so Mut machen und sage, guck mal, jetzt singe ich ohne Mikrofon vor euch. Und so habe ich angefangen. Und ich bin jetzt hier, um das genau anders zu machen, um euch Mut zu machen, damit ihr euch traut. Ihr dürft euch auch mal bewegen. Und wenn andere lachen, lasst die lachen. Sehr gut. Denn wie gesagt, 18 musste gewesen sein, dass du dann eine Mundharmonika gekriegt. Genau. Und da war ich dann in der Band und ich hatte dann trotzdem mal so ein paar Gitarrengriffe probiert. Und konnte aber nur so Streets of London. Und die anderen hatten schon E-Gitarren und Verstärker. Und die waren mir dann so höflich zu verstehen. Lass die Gitarre ruhig zu Hause, wir haben das schon. Und einer sagt dann, hier, guck mal, hier steht Blueshub drauf. Die schenken wir dir. Üb da mal. Und so bin ich dann zur Mundharmonika gekommen, weil ich als Gitarrist zu schlecht war. Jetzt gibt es natürlich, glaube ich, meines Wissens keine Musiklehrer, die inserieren und sagen, ich bringe dir Mundharmonikaspiel bei. Wie hast du das erlernt? Das habe ich tatsächlich mir selber beigebracht. Und auch da gab es dann eine glückliche Fügung. Auch meine Mutter hatte das. Die sagte dann irgendwie, deine Patentante hat jetzt Geburtstag. Geburtstag, ich habe auch schon ein Geschenk gekauft. Du fährst jetzt los. Und das war dann eher so ein Pflichtbesuch, wenngleich der Teil der Familie eigentlich, die mochte ich alle, so meine Onkel und so. Das war, die waren schon cool. Und da war ich dann. Und dann fragte der Onkel Uli, was machst du denn? Sag, ach, ich versuche jetzt Mundharmonika zu. Ach, der meinte, wir haben bestimmt auch noch eine. Und der holte dann eine raus und der spielte dann so ein Bending. Und ich konnte bis dahin nur so einzelne Töne spielen. Und ich so, ach, das will ich. Und dann sag ich, komm, nächste Woche vorbei. Dann zeige ich dir das, wie man das so hinkriegt. Und dann hat er mir das gezeigt. Und ab dem ersten Bending, dann war ich, also dann gab es keinen Halben. Dann warst du auf Linie. Sechs, sieben Stunden am Tag immer dabei. Später dann beim Zivildienst war ich bei der AWO im Fahrdienst. Dann habe ich so einen Wagen mit Hebebühne für Rollstuhlfahrer. Und dann hatte man öfter auch mal so 20, 30 Minuten Zeit, wenn man jemanden Rollstuhlfahrer zum Arzt gebracht hat. Sind die meisten schneller dran gekommen. Teilweise auch wegen Inkontinenz. Und dann hat sich das nicht gelohnt, wegzufahren und so. Und dann habe ich dann im Wagen gewartet und gespielt. Und früher haben die dann doof gezeigt. Und jetzt sagen die, der kommt aus unserer Stadt. Den kenne ich. Ja, und ab 1994 hast du quasi deine Laufbahn als Musiker begonnen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ja, genau. Da habe ich dann angefangen, davon zu leben. Ich hatte nach dem Zivildienst eine Lehre gemacht als Industriekaufmann bei Barfuß in der Orjagenschwede. Oh, Fleischwurst. Fleischwurst. Und da war ich dann im Büro. Und mein Ziel war eigentlich, noch so ein Jahr zu arbeiten. Und von, ich lebte noch bei den Eltern. Und die haben mich unterstützt, auch mit meiner Musik. Dass ich dann so ein Jahr als quasi Geselle, aber mit einem Auszubildenden gehalten. Und dann wollte ich jeden Monat eben so ein paar hundert Mark sparen, um so ein Startkapital als Musiker zu haben. Aber dann sollte ich nach drei Monaten in so einer Abteilung, wo ich gesagt habe, also dafür. Der Beruf war schön, Industriekaufmann, habe ich auch gerne gemacht. Aber dann habe ich gesagt, das nicht. Und dann habe ich meinen Mut in die Hand genommen und habe dann die Chefsekretärin so lange beleidigt, dass ich gesagt habe, ich muss den heute, ich muss einmal rein. Mein bestes Sakko angezogen. Und dann habe ich die Nacht auch nicht geschlafen, bin jetzt Gespräch so irgendwie in Endlosschleife, alle Varianten, wie ich rede. Und dann kam ich hin, weil er war ein harter Hund schon, der Chef so. Und dann dachte ich, ich weiß, Sie sind hier, Sie wollen mehr Geld. Weil ich hatte direkt eine Gehaltserhöhung. Ich war sehr selbstbewusst da auch, weil ich wusste, dass ich gut bin. Und ich sage, nee, ich will kündigen. Und dann, warum? Ja, wegen, ich will Musik machen. Und dann hat er ganz anders reagiert, als ich in der schlaflosen Nacht vorher sagte, ach, ich spiele ja auch Klavier, also ich komme ja nicht dazu. Und dann, wollen Sie jetzt schon gehen? Ja, kommen Sie doch morgen, dann spielen Sie mir noch was vor. Und mit den Überstunden, das wird alles bezahlt, dann machen wir. Und wenn das nicht so gut läuft, Sie können immer wiederkommen. Und das habe ich meiner Mutter gesagt, da war die froh. Sie sagt, ja, ja, der kann dann wiederkommen. Der Chef war mit dem zufrieden. Weil die war natürlich erst mal wie vor Mundharmonika spielen. Und mein Vater sagte auch, du kannst sogar keine Noten lesen. Und dann, damals hatte ich aber schon an Volkshochschulen unterrichtet. Und der hat dann auch mitbekommen, erst habe ich ihn mal angerufen, dann riefen die an, die anderen Städte. Wir haben gehört, sie sind da, wollen sie nicht auch zu uns kommen. Und das waren so meine beiden Säulen. Was hast du an der Volkshochschule gemacht? Da habe ich dann Mundharmonika unterrichtet. Also gab es doch Mundharmonika-Lehrer. Da war ich dann, also da war ich dann der Lehrer. Ich hatte einmal bei einem anderen einen Kurs besucht und war dann doch schon enttäuscht, weil der, ich glaube, der wollte gar gar nicht, der wollte das lernen. So irgendwie, der war also nicht so motiviert. Und dann habe ich mich dahin gehabt und gesagt, also ich mache das besser. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach. Und dann fing das in Mahl und Gladbeck an, weil die beiden waren so Studienkollegen. Und dann war ich dann am Ende in 30 Städten und habe 70, 80 Workshops im Jahr gegeben. Das war dann eine Säule am Anfang meiner Karriere. Und dann habe ich immer so einen Zettel gehabt, wie du. Und dann waren dann alle Vor- und Schultermine drauf. Und auf der Rückseite auch voll mit Konzernen. Mit den DIN A4-Zetteln habe ich mal selbst da dann kopiert. Jetzt darf ich ja sagen, auch ein paar habe mein Barfuß am Kopierer. Aber das ist jetzt verjährt, glaube ich. Und dann habe ich die mal verteilt. Und bei einem Workshop sagten die, boah, wo können wir dich denn mal erleben? Dann habe ich gesagt, hier sind die Konzertterminen. Und beim Konzerttermin waren dann viele, boah, wie kann man das lernen? Dann sage ich, hier, bei mir. Und das ging ziemlich lange gut. 17 Jahre habe ich das gemacht. Von 1991 bis 2008. Und da lief mein Verlag dann richtig gut. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich keine Verweise mehr. Wenn ich gerade sage, 30 Jahre, 1994. Das ist ja eigentlich ein Grund für ein Jubiläumskonzert, oder? Ich habe da jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Da musst du erst zu mir kommen, damit ich dir das sage. Ja, vielleicht, ja, ja. Also, ich meine, jetzt als ich 30 Jahre Profi, ich habe natürlich vorher auch schon Musik gemacht. Aber weil es explizit da drinsteht als Karrierestart. Ja, 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 ja. Also, da war ich dann tatsächlich, ab da war ich dann Selbstständiger und habe mein Gewerbe angemeldet. Ja, das nächste Jubiläum steht ja nächstes Jahr an. Das wäre dann 30 Jahre Bluebirds. Wie ist das denn zu dieser Band gekommen? Bluebirds? Ja, Bluebirds. Das war ja ein Duo. Du mit, wie heißt der Mann? Sliding John. Genau. Und das war, wir hatten eine Band, die hieß dann Cheap Thrills und da waren zwei Gitarristen und der Spargel, so haben wir ihn genannt, weil er so groß und schlank war, mit dem habe ich mich super verstanden und habe gesagt, komm, wir machen auch ein Duo. Und in der Band, da waren auch einige, die hatten jetzt nicht so professionelle Ansprüche, obwohl er gut war, nette Leute, wir haben tolle Musik gemacht, aber der Spargel wollte auch und ich auch. Und ich habe mich dann ans Telefon und versucht, Gigs zu bekommen und dann haben wir so 100 Gigs im Jahr gespielt und konnten dann beide davon gut leben und das ging dann eine Zeit lang gut, bis der Spargel dann sagte, jetzt an der nächsten Kreuzung, Weggabelung will ich dann meinen eigenen Weg gehen und dann ist er ausgestiegen und da habe ich zuerst noch versucht, mit anderen weiterzumachen, habe das dann auch noch Bluberts genannt, aber brauchte dann so ein paar Jahre, um zu merken, das wäre dann eher ein Chris-Kramer-Duo, weil Bluberts waren wir schon auf der Bühne, beide. Und als er dann weg war, war er dann nicht mehr das, was es vorher war und das war dann aber sozusagen mein unfreiwilliger Start, zu dem er mich sozusagen gebracht hat, mein eigenes Ding zu machen. Ihr habt doch CDs gemacht, reichlich, ne? Vier CDs haben wir gemacht, in der Zeit, wo wir zusammen waren. Dann bist du 2000 auf Solo-Fahne abgewichen und du hast gesagt, jetzt mache ich mein erstes Solo-Album und da habe ich dann gelesen, dass sogar Helge Schneider mit im Studio war. Wie hast du denn den dazu gekriegt? Ja, ich habe Kontakte gesammelt, also ich habe dann da, genau da habe ich dann angefangen, Prominente zu akquirieren, für mich zu gewinnen und hatte die Handy-Nome von Helge, habe ich jetzt über Ruhrgebiets-Connections schon, die war einer der ersten, die ich hatte und ich bin dann immer im Geiste durchgegangen. Also ich bin vielleicht ein ganz guter Verkäufer, kann also Sachen, für die ich brenne, kann ich natürlich gut verkaufen, wie mich oder meine Musik oder meine Ideen. Und ich hatte aber, der ist jetzt, ich wusste, der ist ja ein Triple-Alpha-Tier, der hat so viel uns super beschäftigt, so ein Musical hatte er da, glaube ich, hat das gar nicht. Filmer, da hat er das schon gehabt. Da habe ich gedacht, warum soll der mit mir spielen? Und mir fiel kein Argument ein, um mit denen zu überzeugen. Und deshalb habe ich die Nummer, die ich als Erster hatte, als Letzter angerufen und erst als ich Pete York am Schlagzeug hatte und Colin Hodgkinson am Bass, also die Rhythmusbegleitung der 70er, und ich wusste, der Helge findet die alte Zeit gut. Und dann habe ich mich getraut, den Helge anzurufen. Ich sage, hallo, ich bin der Chris Kramer, du kennst mich nicht, ich bin Musiker und Harmoniker und ich möchte gerne eine Platte aufnehmen. und da sollst du dabei sein. Und der Pete York spielt Schlagzeug und der Colin Hodgkinson spielt Bass. Und dann habe ich eine Pause gelassen und dann hat er so drei, vier Sekunden und dann sagt er, Helge und York. Und früher gab es ein Duo, Hardy und York. Ja, kenne ich auch. Und dann habe ich gemerkt, meine Taktik war gut. Ich habe jetzt an der Angel den Fisch Helge Schneider, weil er schon eigene Gedanken hat. Und dann sagt er, aber ich kenne dich ja gar nicht. Ich muss ja erst mal gucken und so deine Musik hören. Und was willst du denn da überhaupt für Stück aufnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schicke dir dann mal eine Kassette. Ich glaube, ich habe ihn auch eine Kassette geschickt. Und dann habe ich auch die Nummer, von der ich glaubte, die könnte er am besten finden als Erste mit so einem Bossa Nova. Und als wir irgendwann, dann schon beim Mischmann später, als wir aufgenommen haben, dann hat er gesagt, dass ich mir Christin immer gefällt mir übrigens am besten. Und auch da habe ich dann vom Gefühl richtig gelegen. Und irgendwann kam dann der Anruf von ihm und er sagte, ja, ich habe das auch mal meiner Frau vorgespielt und die findet das ganz nett mit der Mundharmonika. Und wenn Frauen das, gut, dann soll man das auch machen. Und dann, aber wenn wir das aufnehmen, dann nehmen wir das direkt bei mir zu Hause auf, in meinem Studio. Und ich so, ja, ja, können wir machen. Und dann, ja, dann komm mal vorbei, guck dir das an. Ich habe halt so ein altes Zeug, alles super analog und so. Ich weiß nicht, ob das okay ist für dich. Und ich habe natürlich gesagt, na klar, aber er sagt, ja, okay, ich komme vorbei. Und dann bin ich nach Mülheim. Und das war ein Erlebnis da mit ihm, vor allem unfassbarer Musiker. Ja, das ist ja definitiv. Nein, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt trauen würde, den zu fragen. Aber da war ich irgendwie unbedarfter und habe dann da aufgenommen. Und das war ein Riesenerlebnis. Der hat dann so einen Song gehört und dann sagt er, ah, warte mal, ich hole Akkordeon. Und dann hat er eben Akkordeon gespielt, anstatt Klavier oder Orgel. Und war super. Dann sagt er dann, bei der, du mal, pass mal auf, nimm deine Gitarre weg. Ich habe meinen Kumpel, Herbie Klinger, mitgenommen, weil er war so ein bisschen auch so mein Gitarrenlehrer. Und der konnte Noten lesen und der war sozusagen dann mein Musical Director, mein Sprachrohr, weil ich wusste, wenn so Fragen kommen, die kann ich gar nicht beantworten, weil ich mehr so ein Bauchmusiker bin. Das war gut, dass ich den Herbie dann dabei hatte. Und Helge kam dann und sagte, hier, nimm die Gitarre. Und das war dann so eine Les Paul Goldtop 57er irgendwie. Die klingt besser für die Nummer. Oder dieses Effektgerät. Und der war dann immer ganz wuselig. Und der hatte immer recht. Also das war der, ich habe dann immer gesagt, wenn ein anderer vielleicht so einen Esslöffel Musikalität mitbekommen hat, habe ich vielleicht einen Suppenteller. Und der liebe Gott hat den Helge eine Woche unter der Dusche vergessen. Habe ich so dann nur noch Jahre später beim Pascal Kravetz erlebt. So eine Musikalität. Der Sohn von Jean-Jacques. Ja, von Lindenberg. Der war bei Lindenberg-Maffei und ich glaube jetzt auch bei Helene Fischer. Ja, das klingt ja alles ziemlich märchenhaft. Aber wir reden jetzt natürlich auch in der Geschichte, du hattest keine große Plattenfirma im Kreuz, die dir wahrscheinlich ein Budget zur Hand gegeben hat. Und du hattest gesagt, hier kannst du Helge Schneider bezahlen. Wie ist das denn vom Stattengehirn? Ich hatte da schon am Anfang meiner Karriere, hat mich jemand, beziehungsweise, ich bin mit meinen, wenn ich selbst nicht gespielt habe, mit Mutter Monikas bewaffnet, bin ich dann zu Konzerten, Blueskonzerten anderer Musiker gegangen. Damals, Ende 90er, Mitte 90er, war noch eine ganz andere Konzertszene. Also da waren wir teilweise vier, fünfmal die Woche irgendwo, haben uns was angeguckt. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und der sagt, oh, du bist gut. Ich sage, ja, da bin ich gerade Profi. So zehn Gigs im Monat telefoniere ich. Und dann sagte er, oh, ich bin auch Musikverleger und dann war ich bei dem und bin ich da so reingekommen und dann habe ich direkt Geld von der GEMA bekommen und gutes Geld verdient. Und irgendwann haben sich da auch die Wege getrennt, obwohl ich da nicht mehr so bei dem mitmachen habe, habe gedacht, ich mache das jetzt selber. Und dann habe ich meinen eigenen Verlag ausgebaut und der lief immer besser, jedes Jahr. Also ich habe es erst alleine gemacht, dann, ich glaube, früher hat man 450 Mark, diesen Minijob, genau, danke, so einen Minijob jemanden gehabt. Und dann ist es gewachsen, bis in der Spitze hatte ich fünf Angestellte sogar und drei Auszubildende ins Ziel gebracht. Und da habe ich Geld verdient und dann konnte ich auch gutes Geld, sodass ich dann eben auch immer mal vor der Situation war, zahle ich jetzt Steuern oder mache ich was mit dem Geld. Und dann habe ich mir dann eben auch musikalische Träume erfüllen können. Coole Sache. 2008, ich meine, man muss dazu sagen, deine ersten Alben, auch die mit den Blue Words, die waren ja komplett auf Englisch. Ja. Und du bist 2008 dazu übergegangen, dann in deiner Muttersprache zu singen. Was gab es denn Grund dazu, speziell? Weil Blues ist ja eigentlich Englisch. Ja, 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 und das war auch erst mal ein bisschen mutig, man war dann so ein bisschen nackig irgendwie, hat man sich so gefühlt. Und habe dann da die ersten Songs gespielt und mein ganzes Leben und natürlich auch meine Musik, habe ich mich immer verändert, immer neue Sachen gemacht. Ich war immer neugierig, verschiedene Sachen, vielleicht kommen wir da auch drauf, dann verschiedene Projekte, verschiedene Musiker. Was mir wahrscheinlich am Ende auch nicht nur Freunde eingebracht hat. Die meisten Menschen, selbst die, die mich mögen, denken Chris Kramer, Mundharmonika Blues. Und wenn die da mal so gehört haben, selbst bei den Blue Birds, der hatte auch so eine Country-Affinität. Und für den war das kein Problem, Boom-Boom von Muddy Waters zu singen, danach Country-Roads von John Denver. Wo ich immer schon sagte, ja, okay, ich mache mit. Aber da haben wir dann auch schon so Blues-Puristen ein bisschen verprellt. Und ich habe immer gerne viel. Und da war so eine Phase, wo ich eben sagte, nee, ich will jetzt in Deutsch singen. Und wir sind dann auch einfach deutsche Reime eingefallen. Und das war dann auch so die Phase, wo ich dann auch sagte, das mit dem Duo, also mit den Blue Birds, das voranzutreiben, das, ich muss jetzt mein Chris Kramer-Ding machen. Und dann habe ich eben nur noch deutsche Songs geschrieben. Mein Entertainment hat sich dann nebenher immer weiterentwickelt. Und dann habe ich gemerkt, früher waren fast nur Männer bei den Konzerten. Und dann kamen die Frauen auch mit, weil die dann, die Männer wollten wissen, welche Tonart ich spiele, welche Gitarrenseiten ich habe, oder so technische Sachen. Die Frauen fangen mal an den Geschichten und die Texte so toll. Also meistens lustig, aber dann eben wurde auch mal geweint, so wenn ich über meinen verstorbenen Papa gesungen habe oder so. Ich habe dann anmoderiert und das macht ja Blues auch aus, dass man über das Erlebte singt. Und der Bluessänger singt ja in der Ich-Form in der Regel und ist wie so ein Sprecher, wie so ein kleiner Pastor in der Gruppe. Und dann sagen die anderen, ja, der hat das Talent, Gefühle auszudrücken. Ich habe das Talent, zum Beispiel Schreiner zu sein oder, keine Ahnung, Klempner. Und der drückt das aus, was wir alle fühlen. Und das lief dann gut. Und dann kam, hatte ich dann auch bei meinen Solo-Auftritten eigentlich immer ein ganz gutes Publikum, die dann eben auch wegen der Texte da war. Du hast ja auch eine ganze Weile den Namen Crazy Chris Kramer verwendet. Immer noch das Crazy vor deinen Chris gesetzt. Und das hast du irgendwann abgelegt. Was hatte das zu bedeuten und warum hast du das dann hinterher sein lassen? Ja, das Crazy ist quasi von Anfang an, da hat mich das begleitet. Da gibt es verschiedene Geschichten, die dann so in so einer Phase, wo wir dann eben zu Konzerten gefahren sind, wo wir so eine Clique waren. Und dann ist mal der gefahren, mal der, damit die anderen was trinken konnten. Und da waren wir einmal beim Champion Jack Dupree in Münster beim Konzert. Der Steffi Stefan hatte damals schon das Jovel und dann hatte der noch eine andere, an so einem Bahnhof in einem anderen Stadtteil von Münster. Da hatten die mal kurz auch einen Laden und da war Ken Landing an der Gitarre und Champion Jack Dupree, damals 91, ich war 21, am Klavier. Und der hat dann noch, die Eltern wurden noch vom Kokosklad umgebracht und so. Also das war echt Blues. Und der war einer der ersten Generation. Und ich bin hin und hab gesagt, kann ich mitmachen? Und der hat gesagt, ja. Und dann red mit dem Ken Landing wegen den Tonarten. Und ich hatte dann, so wie jetzt, eine in D dabei. Und in E. Also eine in A für E, weil das so die Gitarrentonarten waren. Und der sagte, in den Tonarten kann der gar nicht spielen. Na, da tut mir leid, dann kannst du nicht mitmachen. Und dann bin ich so zusammengebrochen, quasi. Und dann war jemand da, eine Studentin, die kannte ich gar nicht, die haben wir abgeholt, die sind mit zum Konzert. Die sagte, du, ich hab eine Mundharmonika zu Hause. Die sieht so aus wie deine, da steht C drauf. Ich meinte, die bräuchte ich. Und dann ist die mit dem Freund dahin und hat die Mundharmonika, hat fast das ganze Konzert verpasst. Und dann hatte ich dann die. Und dann waren die schon fertig und haben sich verabschiedet und ich nach vorne. Und dann, hier, ich hab jetzt die richtige Mundharmonika. Und dann hab ich nicht locker und dann, komm, machst du mit. Und dann haben die gesagt, ey, der ist echt verrückt, der Chris, der ist echt crazy, der Crazy Chris. Und dann ging halt so die ganze Rückfahrt, Crazy Chris, der Crazy Chris Kramer, die Alliteration. Und das fand ich dann irgendwie cool. Und dann stehst du mit dem Mann zusammen auf der Bühne, eigentlich kann man Idol sagen? Ja, das war, ich hatte tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, da war dann einer von der Münsteraner Zeitung, der hatte so ein riesen Tele-Ding. Also, der hat dann Fotos gemacht und das war für mich alles total aufregend. Und dann der, so aus der nächsten Nähe, der war 91. Wie viel Pfund hattest du in der Hose? Äh, von wegen, in der Hose geschissen, 19. Ja. Weil, da hatte ich kein Problem mit, aber ich hatte tatsächlich, ich hab gedacht, ich kipp um. Und hab mich mit beiden Händen am Mikrofon festgehalten. Ich hatte für einen kurzen Moment gedacht, ich fall zur Seite, weil ich so aufgeregt war. Und dann hab ich mich festgehalten, das weiß ich noch wie heute. Und dann hab ich gespielt und dann haben alle gemerkt, so, boah, der ist jetzt so ein Junge, der ist kein Profi. Aber das war dann aufregend. Ich glaub, die Nacht hab ich dann nicht so viel geschlafen noch. Naja, und so kam dann eben dieses Crazy Chris und das fand ich halt toll, weil die Blues-Leute haben ja dann, die heißen dann Sunnyland oder Lightning oder Howling. Und dann hab ich gedacht, ja, ich bin crazy. Einige fanden das albern, aber die Presse fand das eigentlich gut. Und abgelegt hab ich's mit 40, war ich dann erwachsen geworden. Und dann hab ich dann noch, da hatte ich dann schon so auch Leute, die mich so beraten haben, die mir auch mal so einen Pressetext geschrieben haben. Und die meinten dann, nämlich einfach Kramer. Weißt du, so wie Westernhagen, Grönemeyer, Kramer. Aber dann hab ich gedacht, nee, irgendwie bin ich dem Rat dann nicht gefolgt. Aber wir haben eine Platte dann, Kramer kommt. Ja, genau. Und da hatte der tatsächlich, der Journalist, dann schönen Text, Kramer kommt, Kramer kommt aus dem Ruhig, Kramer kommt auf die Bühne, Kramer kommt gut beim Publikum. Und wenn Kramer kommt, da war so richtig, das las ich so wie Musik. So, da war, da merkte ich dann den Unterschied zu den Pressetexten, die ich so selbst verfasst hab. Aber das passt dann auch gut nur zu einem Album, wenn's Album so heißt. Ansonsten macht's ja wenig Sinn. Ja, ich glaub, ich hab's trotzdem ein paar Jahre genommen, weil mir nix besseres eingefallen ist. Du sagst, du hast die Nacht schlecht geschlafen. Das dürfte dir ja dann 2009 oder 2010 genauso gegangen sein, als du mit der originalen Woody Waters Blues Band auf der Bühne gestanden hast. Oder vielmehr im Studio gestanden hast, um dein Album aufzunehmen, oder? Ja, das war natürlich, da hab ich die Tage noch drüber nachgedacht, weil da hab ich tatsächlich, als das lief, oder vielleicht erzähl ich mal kurz, wir sind, ich hab dann mit Helga angefangen und anderen und hab dann auch mit Jack Bruce was aufgenommen, dann sind wir nach London und Mick Taylor von den Rolling Stones, das war dann aber nach der Woody Waters Band. Und so konnte ich mich, dadurch hab ich dann auch gemerkt, ich hab dann Plattenbesprechungen bekommen, damals im Rolling Stone auch, und so irgendwie, oh, der ist engagiert und macht tolle, gewinnt tolle Leute. Und dann hab ich gedacht, ich nehm jetzt ne traditionelle Bluesflatte auf, das wollte ich mal machen. Und dann hab ich gedacht, und dann am besten mit den originalen Musikern. Und nicht hier in Bottrop, sondern direkt in den Staaten. Na, und dann hab ich irgendwie im Internet geguckt und hab dann gemerkt, die Managerin von Willy Big Eye Smith, also der Original-Schlachtzeuger von Muddy Waters, der hatte die Willy Big Eye Smith Group, und die managet auch Pinto Perkins, den originalen Pianisten, der damals 95 war. Und dann hab ich die angerufen, und die sagte dann, Chris, I know exactly what you want. And you can get it. Und dann sagt sie, da, da, ruf mich dann nochmal an, und dann meinte sie, du, pass auf, jetzt klappt das im Dezember wieder ganz gut. Dann sind die nämlich in Florida, und dann sind die nur 1500 Kilometer entfernt, dann können die dann nach außen fahren. Nur? Na, die denken da anders. Und da war halt, ich wollte natürlich in Chicago aufnehmen, aber sie hat mir gesagt, okay, wenn du das willst, organisieren wir das auch. Aber der ist 95 und der wohnt in Orson, Texas, und Chicago ist echt auch kalt und so, und der ist echt, der ist halt alt und nicht, ne, der kann auch nicht den ganzen Tag im Studio und so, ne. Und da hab ich gesagt, nee, um Gottes Willen, vergesst Chicago, bin nah da auf, wo er lebt, und das war halt Orson, Texas. Und da hab ich dann geguckt, und da war dann auch ein tolles Studio, wo dann auch Grammy-Platten, und also der musste ganz klein schreiben, wer da alles aufgenommen hat. Und all, Jimmy Warren, Oman The Howlers, und alle, also, ganz, also, der wusste, was er tat. Ich hätte eher aufschreiben müssen, wer da nicht aufgenommen hat, ne? Wahrscheinlich, also, ne, ich glaub, sogar Willi Nelson hat da eine Platte aufgenommen. Und, äh, auf jeden Fall, tolle Studie, und dann hab ich da aufgenommen mit denen, und hab dann gesagt, so, wie, einen halben Tag bauen wir auf, und dann nehmen wir zwei Tage auf, und ich konnte die dann auch gut bezahlen, ne, weil ich auf dem Verlag eben auch gutes Geld verdient hatte, ne, und hab dann auch gesagt, und wir kaufen jetzt auch zwei Kameras, und wir fliegen da hin und nehmen das auf. Quasi Jugend forscht, als Kamerateam, ne. Und dann, ähm, da wurde er aufgenommen, und da war ich dann, als das fertig war, wir waren sechs Wochen, fünfeinhalb Wochen da, und hatten dann noch geplant, äh, Chuck Lavell, den musikalischen Leiter, der Rolling Stones, zu treffen, auch mit dem aufzunehmen, und ein paar andere Sachen. Und nach den ersten zweieinhalb Tagen, hatte ich dann die Platte aufgenommen, und noch mehr Songs. Und da hab ich dann die Kameraleute, meine Kumpels, gesagt, geht ihr mal alleine essen, ich hab mein Sixpack im Hotel, und hab da tatsächlich, da entlud sich das in Tränen, also als, vor Freude, als erwachsener Mensch, musste ich das erste Mal weinen, weil ich nicht wusste, wohin, weil ich so glücklich war. Ja, das war, das war echt toll, ne, also das hab ich jetzt vor ein paar Wochen, als mein Sohn geboren wurde. Ja, da muss ich auch noch sagen, herzlichen Glückwunsch noch, ne, das ist ja noch nicht so lange her, du bist erst mal Papa geworden, ne. Ja. Mein Sohnemann, wie heißt er? Dawson. Dawson. Und, äh, ja, das war echt toll, und dann ging dieser Trip weiter, und wir haben alles so mit Video aufgenommen, und, ähm, Teile davon konnte ich dann an den WDR, an Planet Wissen, verkaufen. Und die haben dann mal ne Fernsehsendung gemacht, über, über mich, Chris Kramer, die Reise zum Wurzeln des Blues, und die kam gut an. Musik 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 Wenn nur einer klatscht, klingt es immer ein bisschen mager, aber ich freue mich sehr. Chris Kramer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Planet Wissen. Danke für die Einladung. War schon eine tolle Einlage. Um Blues geht es heute, haben wir schon gehört. Chris Kramer, Musiker aus dem Ruhrgebiet. Blues war immer schon ihre Musik, deshalb wollten sie auch unbedingt durch die USA reisen. Warum war das so wichtig für Sie? Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dachte, jetzt will ich eine wirkliche, eine wirkliche, traditionelle Bluesplatte machen. Während ich vorher immer gedacht habe, ja, ich bin jetzt so ein Erneuerer, und ich nehme die Wurzeln und mache aber mein eigenes Ding. Dann hatte ich dann das Gefühl, jetzt will ich wirklich, wirklich traditionell das machen. Und da habe ich gedacht, wenn schon, denn schon. Und dann auch mit den Originalakteuren, und die kommen nur mal aus den USA. Und dann dachte ich, und dann auch in die USA fahren. Und dann wird der Traum immer größer und größer. Und so kam das dann, dass ich in die USA wollte. Und da, das war dann auch, gab es in meiner Karriere immer mal wieder so einen Schub. Davon scheinst du ja mehrere gehabt zu haben. Und ja, und dann, wie wir alle dann in der Pandemie, auch so einen Schub zurück. Dieses Album, von dem wir gerade sprachen, ist ursprünglich 2010 erschienen. Und dann gab es noch eine zweite Version, nämlich 2013. Kann das sein? Genau, da habe ich, also auch die Platte habe ich erst mal in Deutsch aufgenommen. Genau. Und dann, dann kamen auch viele Besprechungen, so, und bei einer, der hat es dann mal so ganz deutlich rausgeschoben, das ist ein Mensch, der Chris Kramer, mittlerweile auch ein toller Sänger, ne. Und der ist 1A-Blues, wenn er jetzt Englisch singen würde, wird der, wird das eigentlich klar, dass der auch international sich so durchsetzen könnte, ne. Und dann habe ich eben auch, ja, und dann habe ich eben dann nochmal englische Songs, also Texte, später nochmal in Deutschland gesungen und die nochmal auf Englisch rausgebracht. Und das ist tatsächlich halt so, der normale Blues-Fan findet Englisch dann tatsächlich besser als Deutsch. Chicago Blues heißt die Platte. Gibt es da noch Exemplare von? Ja, ja. Denn auf der Vinyl sind ja Sachen drauf, die es auf der CD nicht gibt, ne. Ja, da hatte ich tatsächlich, ist dann eine Doppelvinyl geworden, so wie die auch, und dann war quasi die vierte Seite noch frei, und da habe ich dann Stücke veröffentlicht, die ich noch, die es eben auf der Platte nicht gibt, weil ich fand immer, manchmal denke ich auch um so ein paar Ecken, ne, und manchmal auch schon mal um eine Ecke zu viel, so jetzt in der Nachbetrachtung, aber da war meine Überlegung, bei, die CD-Spielzeit ist ja länger, als das bei einer Vinyl geht, und dann wird man oft beschissen, wenn man eine Vinyl kauft, muss man mehr Zahlen hat, aber weniger Songs, und da habe ich gesagt, da mache ich anders, ich mache nicht eine Vinyl, sondern eine Doppelvinyl, und da kommen dann noch Bonus-Tracks drauf. Und so ein paar Vinyl-Liebhaber haben mir das damals schon gedankt, aber das ging, sagen wir, ein paar Dutzend, nicht ein paar Tausend oder Hundert, aber vielleicht ändert sich das jetzt nach deiner Fernsehshow. Genau, bei den Zuschauer-Einschaltquoten könnte das gut sein. Also 2010 war ein sehr ereignisreiches Jahr, mein Lieber, und da gucken wir jetzt jetzt ein Video an, von einem Kollegen, der dich mal mit auf Tour genommen hat, und der ein paar Worte über dich sagt. Schauen wir mal rein. Ich hätte auch nicht erwartet, jetzt in Chris, das möge er mir verzeihen, jetzt einen so kompetenten Blues-Halbspieler zu finden. Also ich meine, wenn du nicht unbedingt aus New Orleans kommst, dann ist diese, wie soll ich sagen, Hinterfragung vielleicht erlaubt. Aber wenn er spielt, ist das nicht mehr auszumachen. Und nun weiß ich ja inzwischen, dass er mit vielen Leuten, auch in den Staaten, unterwegs war und sozusagen den Blues nachgeholt hat, aufgeholt hat. Und er ist ein toller Musiker. Die haben jetzt mehrfach schon miteinander gespielt, und das funktioniert einfach gut. Er wird mich auf der Tour auch begleiten. Ich bin nur ein Mann, mit einer Porto-Tür. Ich will dich lieben, als auf dem Morgen mehr geht. Ich bin nur ein Mann, mit dem warst du auf Tour. Wie ist es dazu gekommen? Da hat mich der Carl Carlton empfohlen, der damals in der Band war, jetzt macht er seine Solo-Karriere. Und da war die Überlegung in dem Maffay-Team, wir wollten eine Unplugplatte machen. Also Peter singt seine Songs auf der Akustikgitarre und wird dann mal vom Cello, mal von der Harfe oder auch mal von der Mundharmonika begleitet. Also so kleine Besetzung, also als Bonusmaterial für die natürlich Doppelplatte in ausgezeichnete Platte, die dann schon da war. Und ja, dann brauchte ich den Mundharmonikaspieler und der Carl hat dem Damburger gesagt, also wenn es gut werden soll, dann lass uns den Chris Kramer anrufen. Und dann kam der Anruf auch und da habe ich mich natürlich unfassbar gefreut. Das kann ich mir vorstellen. Und da war dann, also ich habe immer mit Carl gesprochen, der hat das dann so als Vermittler. Und dann ging es um, da hat er gesagt, wir haben so acht Stücke. Da hat er gesagt, ich schicke dir die, aber die darfst du keinem schicken und so. Ich sage, ja natürlich nicht, ich kann es dich darauf verlassen. Und da hat der Peter dann so zu Hause einfach auf der Gitarre, da gab es auch noch keinen Text so dazu. Und da war er mir schon das erste Mal sympathisch, der Peter Maffay, weil er die Songs genauso macht wie ich. Ich habe auch immer erst die Musik und singe dann irgendwie. Und dann habe ich irgendwas, dann bleibt schon so irgendwelche Laute. Und da mochte ich ihn schon, weil klar, ich bin hier und Peter Maffay ist da, aber das war so die erste Verbindung, wo ich sagte, da ist er mir jetzt ganz ähnlich. Und die zweite Verbindung war dann, als ich hörte und da hat er sich mal vertan und dann, ach scheiße. Und dann, so wie du jetzt gelacht hast, weil er ihn so menschlich gemacht hat. Ja, und dann habe ich ein paar Stücke dann da mir so rechtgelegt. Ich wusste ja, ich werde nicht acht Stücke spielen, sondern vielleicht drei oder so. Und habe dann so fünf vorbereitet. Und dann habe ich mir da, wie früher bei meinem Chef, bei Barfuß, habe ich mir dann auch auf der Fahrt, ich bin dann da hingeflogen und abgeholt vom Taxi dann zum Starnberger See, in das tolle Rett-Wusterstudio gebracht. Und da bin ich dann hin zum Peter und dann, ah, du bist Chris. Ich so, ja, hallo. Und dann habe ich seine Hand nicht losgegangen und gesagt, du, pass auf, ich habe mich vorbereitet und ich möchte, dass du dir die Zeit nimmst, das anzuhören, was ich mache. Und wenn du dann, dann sagst, der gefällt da nicht, dann kann ich auch um den Hauptes nach Hause gehen. Aber das möchte ich dir abverlangen, dass ich meine Ideen dir vorstellen kann. Also, und das fand er, glaube ich, gut. Und dann sagt er, warte, wir machen eben den Song zu Ende und dann bin ich, fünf Minuten bin ich bei dir. Und dann spielte er den Song und dann habe ich, als ob ich mich auf deine Frage vorbereitete, habe ich, ich habe so speziell gestimmte Mundharmonikas. Das ist jetzt eine, die ist jetzt normal gestimmt. Und das ist jetzt eine, die habe ich ungestimmt, speziell für Moll. Und dann hatte der auch eine Nummer in Moll und dann habe ich gesagt, die Nummer und dann habe ich gespielt und dann merkte ich schon, wie es in ihm ratterte. Und offensichtlich hat es ihm gefallen. Dann kamen die anderen Musiker, also Pascal Kravetz, Karl Karl und alle fingen an zu lachen. Gerade Karl, weil er mich ja auch empfohlen hatte. Da war dann, hier, ein Junge und dann sagt er, Hans hieß der Techniker, ein ganz toller Techniker, ein super netter Mensch. Der sagt, die hatten die Nummer schon aufgenommen, das wusste ich nicht. Ich sage, schmeiß das weg, wir machen die Nummer nochmal neu. Jetzt weiß ich erst durch den Chris hier, die machen wir ganz anders, die Nummer. Da war er jetzt nicht amused. Und dann haben wir das, die Nummer eingespielt und dann, Karl hat das so ein bisschen produziert. Und dann haben wir erst überlegt, so, erste Gitarre und dann die Mutharmonika. Und er sagt, weißt du was, ihr geht beide in einen Raum und macht euch einen fertig. Glasscheibe dazwischen, damit keine klanglichen Übersprecher sind. Und dann zählt er bis vier und dann ist gut. Und der zweite Take war dann echt der Hammer. Ich war natürlich völlig angespannt. Ich kann jede Sekunde noch, habe ich gar nicht so nachfühlen. Und der hat wirklich super gespielt. Und wie hieß der noch, der bei Woodstock, Richie Hay, der angefangen hat, der erste. Ja. Der hat auch so powerful Rhythmusgitarre gespielt. Und den Eindruck hatte ich von ihm, so hat er, ich bin nur ein Mann. Und das war wie so ein Ohrwerk. Und da haben alle gemerkt, das war jetzt ein Magic Moment. Und dann kam und sagte er, Chris, auf dich habe ich gewartet. Und dann war so das Eis gebrochen und dann haben wir noch zwei weitere Nummern. Und dann hat er auch direkt gesagt, kannst du dir vorstellen, mit mir auf Tournee zu gehen. Und ich dann natürlich. Und das war dann Wahnsinn, weil da waren halt 10.000 Leute bei einem Konzert. Da muss ich halt ein ganzes Jahr für spielen. Also wenn man dann so ungefähr 100 Leute pro Konzert rechnet. Und ich habe 100 Konzerte gegeben und die waren dann ein paar Eimer da. Und das war natürlich dann ein Riesenschub für mich. Damals hatte ich auch schon eine TV-Promoterin, die sich dann auf die Zähne ausgebissen hat. Weil so Redakteure dann gesagt haben, boah, Monta Monika, damit gehe ich nicht in die Konferenz. Dann lachen mich die Kollegen aus. Monta Monika ist scheiße. Blues allgemein auch. Und dann, danach haben die gesagt, Monta Monika ist immer noch scheiße. Aber der Kramer, ich habe den gesehen, der ist gut. Damit gehe ich jetzt mal hin. Und dann hatten wir eben auch dieses Video. Und dann konnte man eben, dann konnte ich dann als, sagen wir mal, noch nicht mal B-Promi, habe ich es dann doch in viele kleinere Fernsehformate geschafft. Und dann wurde immer der Einspieler mit Peter Maffay gezeigt. Und das war dann so sozusagen die Erklärung, warum ist der da jetzt mit der Monta Monika? Weil er eben mit Peter Maffay gespielt hat. Und das hat meiner Karriere dann einen Riesenschub gegeben. Du sagst ja gerade, dass es mit der Monta Monika ziemlich schwierig ist, überhaupt medial stattzufinden, weil das offensichtlich für die kein richtiges Instrument ist. Und ich sagte dann ja auch gerade Blues allgemein. Stimmst du mir dazu, dass es der Blues schwer hat in den Medien? Ja, natürlich. Man sagt dann immer, Blues ist Nischenmusik. Aber da muss man dann ja auch sagen, ich habe mich auch bewusst dafür entschieden. Ich hätte ja auch volkstümlichen Schlager machen können oder so. Das war dann damals. Und ich finde Trachten auch schön. Also eine Tracht anzuziehen, wäre jetzt für mich nicht so, dass ich mich verleugnen würde oder so. Und irgendwann habe ich mich die Zillataler Schützenjäger auch mal eingeladen. Und ich habe da gespielt und ich habe dann auch so in mich reingelacht, weil ich dachte, das ist schön hier in Tirol. Aber mein Herz schlägt ja für Bluesmusik im weitesten Sinne. Und dafür habe ich mich ja entschieden. Und da hat man es dann eben schwerer als mit populärer Musik. Weil man dann weiß, wenn man sich dafür entscheidet, ich werde nicht in den Charts stattfinden oder in den großen Konzerthäusern. Oder wenn halt als Sidemen, weil ich meine Sache gut mache, dass dann mal Peter Maffay kommt und sagt, den nehme ich mit. Und da konnte ich dann halt irgendwie bei der ersten Tour eine Viertelmillion Menschen zeigen, wer Chris Kramer ist. Das nächste Problem, mit dem du, glaube ich, zu kämpfen haben dürftest, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt ein Lied von Stefan Diestelmann, wo es drin heißt, also Blues kann man nur spielen, wenn man ein schwarzes Gesicht hat. Und das ist ja so eine, wie sagt man, das heißt so, nur der Schwarze kann den Blues richtig spielen. Hast du diese Vorurteile auch öfters mal, dass man dir sagt, eigentlich bist du gar kein Bluesmusiker? Du bist ein Deutscher, der sich kulturell was aneignet? Ganz am Anfang meiner Karriere, ich glaube, vielleicht einen Satz noch vorweg, ich bin deshalb dann doch relativ erfolgreich geworden. Nicht nur, weil ich ein guter Musiker bin, sondern weil ich immer mich selbst gemanagt habe und einfach angerufen habe, Gigs besorgt habe und dann wurde ich nicht gebucht und da haben wir dann viel Vorprogramm gespielt, damit wir dann, was weiß ich, Kenneth Heath, Paul Lamb, Dr. Feelgood und Walter Trout und irgendwie, vor denen haben wir schon gespielt, wir können nicht schlecht sein, buchen uns auch. Und da waren dann eben auch Agenten, die dann gesagt haben, du weißt du was, ich höre deine Sache, deine CD. Und die ist echt gut, also unter uns, besser als die meisten Bands, die ich vertrete. Aber ich werde nichts für euch machen, das gibt zwei Gründe. Du bist nicht schwarz und du kommst nicht aus den USA oder wenigstens aus England. Das kann ich verkaufen, dann kommen die Leute. Und um dich zu verkaufen, müsste ich den drei- bis vierfachen Aufwand betreiben, bekomme aber nicht das gleiche Geld. Ich wäre total doof, wenn ich dein Agent werden würde. Du musst das selber machen. Und das war dann auch, so, dann hatte ich auch ältere Kollegen, Tosho Todorowitsch, die waren die erfolgreichste Bluesband damals schon. Und den konnte ich dann fragen und der war dann auch, der hat mich ernst genommen und sagte eben auch, ruf an und mach das. Und dann setze ich dann auch Qualität auch durch. Und klar kennt man das oder dann sagt mal irgendwie einer, irgendwie so einen Dummspruch, du hast gar nicht den Blues, dir geht es doch gut. Und dann habe ich auch mal an die Musikerkollegen gesagt, das Einzige, das Problem ist, du bist jetzt ignorant, weil du redest jetzt über ein Klischee. Hey, hast du denn meine Texte, wie gefällt dir denn der Text von dem und dem und dem und dem Song? Habe ich doch gesungen. Weißt du, du hast gar nicht zugehört, kann das sein? Manche, siehste, du bist das Problem, nicht ich. Und dann muss man, muss dich dann auch lernen, da mal so ein bisschen selbstbewusster aufzutreten und dem dann zu sagen, nee, nee, du hast beurteilt jetzt einen Künstler, hast aber was Kaffee trinken. Dann hast du gar nicht zugehört. Und früher habe ich dann immer gesagt, ich wollte nacheifern und wenn einer zu mir kam und sagte, du kommst aus den USA, das war das Größte, weil ich natürlich so sein wollte. Und dann habe ich immer so einen Witz gemacht, dass ich wollte immer der beste Afroamerikaner aus dem Ruhrgebiet sein. Und wenn einer kam und sagte, ey, was soll das? Dann habe ich immer gesagt, weißt du, wie schwarz die Kohle ist, auf der ich geboren wurde. Und habe dann mit dem, was du sagst, so ein bisschen Chor gestiert und gespielt. Ja, und du bist einer der Bluesmusiker, der sich auch nicht scheut, neue Elemente in eine alte Musik einzubauen. Denn du hast vor, ich glaube, zehn Jahren ungefähr ist es her, hast du ein Projekt auf die Beine gestellt, das nennt sich Chris Kramer und Beatboxen Blues. Das ist schon im Namen drin, worum es geht. Du hast keine Schlagzeuge in dem Trio, du hast einen Beatboxer. Ja, und dann nicht irgendwen, sondern als ich ihn kannte, war er noch ein unbekannter Beatboxer. Und dann ist er jetzt zweifacher deutscher Meister mittlerweile. Und ein toller Entertainer auch, Kevin O'Neill, ein guter Freund auch. Und mit Sean Atems auch zwei Jungs, die sind jetzt so 31 beide, dass ich sie kennengelernte, wie gesagt, waren die noch Anfang 20. Und schon tierischer Gitarrist, der bald auch Solo-Platte rausbringt. Das wäre dann auch was für dich, die deutsche Murge, auf jeden Fall. Ja, und Kevin habe ich halt kennengelernt. Ich habe ein Kinderprojekt gemacht, die kleine Unterharmonika. Und da sollte die kleine Unterharmonika eine Reise durch verschiedene Musikstile machen. Und natürlich bei Volksmusik, Blues, Anfang Country und dann irgendwie bei Techno, Rap, Hip-Hop. Und da dachte ich eben auch an Beatboxer. Also brauchte ich einen Beatboxer und habe dann so gefragt. Und mehrere haben von dem Kevin O'Neill gesprochen. Jetzt kommt der auch aus Dortmund und so. Und dann kam der. Und dann kam der zum Proben und wir haben geprobt. Und dann wusste ich schon beim ersten Lied, ey, das ist noch besser, als ich mir das auch... Also das ist jetzt... Das war auch so ein magischer Moment, wie mit Peter Maffa. Und dann wusste ich, also das machen wir nicht nur für die drei Lieder, für das Musical. Mit dem muss ich mehr machen. Das ist irgendwie, das ist modern, sexy, auch irgendwie und auch anders. Natürlich total anders als ein Schlagzeug oder ein Percussion. Das wird ganz eigenes und hat eben dieses Hip-Hop-mäßige. Und wenn man dann noch ein bisschen offbeatiger Blues spielt, dann geht da so eine ganz eigene Tür auf. Und dann haben wir dann im Duo so... Ich habe dann den Bob Dylan Gedächtnishalter und dann hatte ich teilweise selbst Vorprogramm von meiner eigenen Band, die ich damals hatte, wo auch tolle Leute dabei waren. Und alle waren begeistert. Und ich merkte nur, wenn ich selber Gitarre und mit Harmonika spiele, dann kann ich mit dem gar nicht mithalten, weil er plays that los und ist auch eine richtige Rampensong. Und dann wusste ich, wenn es richtig gut werden soll, braucht man einen richtig, richtig guten Killer-Gitarristen. Und den haben wir dann in dem Sean Atems gefunden. Ist er auch. Ich kenne den nur vom Rockorchester Ruhrgebiet, der hat er schon gespielt. Da habe ich den schon gesehen gehabt. Das ist ein phänomenaler Musiker. Nee, nicht im Rockorchester Ruhrgebiet, sondern bei der Susan Kent. Susan Kent, ja, ja. Da hat er gespielt. Und der ist eben auch schon als 12-Jähriger oder 14-Jähriger gecastet worden für so eine Boy-Group. Die war dann auch so... Aber die hatten, glaube ich, nur eine Single und sind dann nicht super durchgestartet. Aber dann war der schon sehr jung und hat, als ich ihn kennenlernte, hatte, war der schon fast ein kompletter Musiker. Und jetzt sowieso. Ja, und wir sind ein tolles Team, eben der Alte und die beiden Jung-Villen. Und da haben wir jetzt drei CDs und ich habe mich da so richtig reingekniet, habe dann wirklich alle Sachen, links und rechts, auch meine Solo-Karriere dann beendet, weil ich dann auch sagte, boah, ich merkte, das ist was Besonderes. Und hat das wirklich gut nach vorne gemacht. Also bis zur Pandemie waren wir so gerade auf dem Sprung in Spanien und Norwegen war eigentlich schon so gut wie sicher, dass wir uns da jetzt etablieren. Und Schweiz fing auch gerade eben an. Und das hat das alles kaputt gemacht dann. Und dann musste sich natürlich jeder umorientieren. Sean ist Vater geworden, weil er eben so ein super Gitarrist ist. Kannst du dann, kannst du dann. Und dann hat er wieder viele andere Sachen gemacht. Warum Geld zu verdienen auch in der Zeit. Ist das so zu verstehen, dass es das Projekt nicht mehr gibt? Nee, nee, das gibt es noch. Aber wir sind jetzt weit von den 80, 90 oder annähernd 100 Konzerten im Jahr entfernt. Das ist jetzt... Du hast gerade angesprochen oder ich habe es angesprochen, dass diese Geschichte mit den englischen und deutschen Texten im Blues, dass deutsche Texte da eigentlich nichts zu suchen haben und mit dem, dass man schwarz sein muss, ist das nächste. Wie ist denn die Hardcore-Blues-Gemeinde darauf angesprungen, dass du einen Beatboxer einbaust in diese alte Musik? Das musst du doch genauso kontrovers hervorgerufen haben, oder? Ähm, ja. Ja, also jetzt sind ja Leute dann meistens mit Kritik dann nicht so mutig, die einem direkt zu sagen, sondern meistens so hintenrum. Aber es ist dann schon, dass so ein Veranstalter sagte, du pass auf, ey, ich will eigentlich die Sachen veranstalten, die ich früher mir auf Venue gekauft habe. Und wenn es die Bands nicht mehr gibt, weil jetzt, weil es die einfach nicht mehr gibt, dann will ich mir jetzt Bands, die so sind wie die und du mit deinem Beatboxer, damit kann dir nichts anfangen. Oder auch jemand, der dann auch sagte, du, ich habe euch gesehen bei dem Bluesfest in Eutin und das will ich nicht. Und da habe ich gesagt, du, das ist aber gut, weil das war unser bester Auftritt, den wir da hatten. Wenn dir das nicht gefallen hat, dann soll das auch nicht sein. Dann gehören wir auch nicht auf deine Bühne. Aber die meisten haben wirklich gesagt, boah, was eine tolle Sache, endlich mal. So sind wir übrigens auch nach Norwegen gekommen, weil der norwegische Vizepräsident der Blues-Union Norwegen hat uns in Eutin gesehen, weil wir dann die Blues-Challenge gewonnen haben. Der war in der Jury. Dann hat er uns dann nochmal in Eutin ein Jahr später gesehen und als wir dann in Memphis waren, hat er uns auch gesehen und der sagte, ich muss euch nach Norwegen. Und das, weil das gibt es nicht, dass ihr, ihr habt das Alleinstellungsmerkmal. Und da habe ich dann gemerkt, klar, so ein paar, die altes Lied gut bewahren wollen, die finden mich dann oder uns dann kacke. Aber der hat das Konzept verstanden und hat gesagt, das ist was Neues, das ist eine Frischzellenkur. Da ist wirklich der Blues fürs 21. Jahrhundert. Und so konnte der das auch verkaufen und dann sind wir, gerade wenn so Festivals sind, so ein Festival will ja dann auch so eine Bandbreite. Die haben dann natürlich die Headliner und so und da sind wir dann gerade auch, Schlagzeug brauchen wir nicht auf und auch nicht abbauen. Wir sind zack, zack die schnelle Einsatztruppe. In Amerika war der Changeover von Band abbauen, die eine Band, die andere aufbauen, zehn Minuten. Das ist echt sportlich. Und wenn du zu spät anfängst, hast du sofort Minuspunkte bekommen bei dem Wettbewerb. Und wir waren drei Minuten vor der Zeit fertig und haben dann so ein Witze gemacht mit dem Moderator und der sagt, ey, das kenne ich gar nicht. Wir haben das aber auch geübt. Also ich habe den Jungs dann auch gesagt, zack, zack, die Handgriffe saßen und dann waren wir dann in 2.30 Uhr, hatten wir unser Zeug aufgebaut. Ihr hattet die Gelegenheit, du sprichst es gerade schon an, direkt an der Quelle zu testen, wie es ankommt. Denn du warst mit Speedboxen Blues quasi auf Tour in den USA. Das war quasi der Gewinn dieser Blues Challenge, dieser German Blues Challenge. Da wart ihr im Januar 2017 in den Staaten. Wie kam das bei den Leuten dann? Denn das sind ja quasi die Kenner der Szene. Ja, und da war es tatsächlich so, wir waren ohne unser eigenes Dazutun, wir hatten es einfach Glück. Auf der Beale Street, also der Beale Street in Memphis, Tennessee, haben wir dann im Tinbooth gespielt. Das war so eine echt gute Bühne, also eine sehr große Kneipe. Also da gehen jetzt so, ach, da 100, 150 Leute passen da schon rein. Und die haben dann auch eingehängte Boxen, eine Bühne und da waren auch fast nur junge Leute, die da bedient hatten. Und die hatten alle Spaß. Und als wir dann eben neben dem Moderator waren und da so gequatscht haben, was ich vorhin sagte, dann sagte er auch zu mir, ey, die Leute reden, auf der Beale Street redet man von euch, weil ihr was Besonderes seid. Das heißt, that means nothing, aber das heißt, die reden über euch. Und da kam, fanden die das eben toll, aber da auch jetzt zu dem Wettbewerb, kleine Kritik, da gibt es halt verschiedene Kategorien, Bühnenpräsenz, Originalität, Beherrschung der Instrumente, da brauchten wir uns immer nicht verstecken. Und dann aber auch Blues-Gehalt. Und der wurde multipliziert. Und der traditionelle Blues-Gehalt ist natürlich bei unserer Sache nicht so groß. Da haben wir weniger Punkte bekommen und wenn die dann nochmal, drei oder vier sogar, multiplizieren, dann ist klar, kannst du über das Halbfinale nicht hinauskommen. Aber ihr seid weit gekommen, das muss man dann einfach mal so sagen. Ja, wir sind dann schon bis ins Halbfinale gekommen, aber dann einfach aufgrund des Systems ist dann da mehr nicht möglich gewesen. Das war mir erst in der Nachbetrachtung dann klar, man war ja völlig euphorisiert da auch. Und das war schon, die Amerikaner sind auch begeisterungsfähig und so. Und dann sind ja aus allen Herren Ländern Blues-Bands und so. Und dann war eine tolle Atmosphäre, da hat sich alles um Blues gedreht. So, ich meine, das habe ich bei uns in Mahl, wo ich zur Schule gegangen bin, da war ich der Einzige. Da war nur die ganze Beale Street voll. Und da war auch, wir waren dann irgendwo mal, keine Ahnung, Burger essen und dann lief Howling Wolf. So, und ich meinte dann zu der Kellnerin, ey, boah, wie geil ist das denn, ey, hier läuft's auf. Und die hatte mich gar nicht verstanden und die sagte, we're Memphis. Ja, völlig normal, ne? Da ist Clearance Clearwater Revival dann schon das kommerziellste, so. Also, wobei die Bands natürlich auch großartig, aber da war also nur gute Musik. Und ja, und wir haben dann eben noch, sind da so 17 Tage, waren wir da, haben eine Tour gemacht durch Memphis, Mississippi und Alabama. Und das war dann auch toll. Und da gibt's jetzt auch bald einen Film drüber. Es wäre, wie gesagt, sehr schön, wenn es dieses Projekt wieder geben oder bald wieder geben würde, weil die Zuschauer, die es noch nicht kennen, denen kann man das eigentlich nur empfehlen, sich das wirklich mal anzugucken. Das ist also nicht nur was für Leute, die Blues hören, sondern das ist schon, da ist schon Fleisch auf Knochen. Also, ich kann's empfehlen, ich hab's mehrfach gesehen, wir haben ja so kein Castrop schon Konzert damit veranstaltet. Ja, genau. Also, ich kann's nur empfehlen. Um den Bogen heute zu spannen, hier steht dein neues Album. Erklär doch mal ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja, in der Pandemie hatte ich dann viel Zeit und das ist für jemanden, der so, vielleicht ist das jetzt rüberkommen, ich mach immer viel und viele Ideen und arbeite oft für drei. Und in der Pandemie war eben nichts zu tun und da hatte ich die Idee, den Jens Filser, eben einen Musiker, den ich auch bewundere. Und wir waren eine Zeit lang mit ihm, auch als der Spargel weg war, war er dann einer der Gitarristen, die da mal gespielt haben. Und das war aber, wie so, wenn du die hübscheste Freundin der Stadt hast, wo du weißt, die kann jetzt so ein normaler Junge nicht behalten. Und das war klar, der spielte dann auch mit anderen Leuten und so, die dann noch besser waren. Aber wir mögen uns beide und in der Zeit habe ich dann gesagt, du Jens, ich würde gerne eine Platte aufnehmen, akustisch, blues, aber eben auch etwas drüber hinaus, ein bisschen bluegrass. Und der spielt unfassbar gut auf Funk, auf der, also der kann alles natürlich, aber das ist auch nur so outstanding. Und dann habe ich gesagt, oh, dann lass uns da mal was machen. Da haben wir dann auch, hat er dann auch bei einigen Stücken die Musik gemacht und ich habe den Text geschrieben. Und da hatten, das war für mich dann eine neue Erfahrung, weil ich dann im Homestudio selber gesungen habe, bei mir zu Hause. Wir haben die Stücke besprochen, er hat mir dann die Musik geschickt, weil teilweise war dann auch so, man durfte, weil man wenige Kontakte und so, da war es in der Hochphase. Und da hat er zu Hause bei sich die Gitarre gespielt und ich habe einen gesungen bei mir. Und dann konnte ich zum Beispiel einen Song den ganzen Tag singen, konnte mir über, ob mein Kehlkopf zwei-, drei- oder viermal klackt beim Vibrato, darüber konnte ich mir Gedanken machen. Und dann am nächsten Tag zu sagen, ist eine Eins-Minus, aber ich würde eine Eins-Plus erreichen, alles weg, nochmal einen Tag. Die Zeit hast du im Studio ja gar nicht, außerdem auch das Geld nicht. Da gehst du hin und dann versuchst du, ja okay, jetzt ist alles drin und dann prügelt man den Gesang so durch. Muss auf dem Punkt fit sein. Und dann sagt er dann, ja reicht, den Rest mache ich dann hier, bieche ich gerade, die paar Töne, die du nicht getroffen hast oder so. Und dadurch hat die jetzt eine andere Qualität und eben auch, glaube ich als Songwriter, man reift ja auch als Mensch, ich habe da tolle Texte gemacht, wo selbst so der Jens Filsa, der so für mich, ich bin eher ein Student und der ist der Professor, so wie ich den einschätze, wo er dann auch sagt, hey, super, das ist mal ein guter Text. Also, und da sind schöne, schöne Sachen dabei und habe ich mich dann auch mal an einer meiner Gesangshelden, ist der Albert McClinton und Blues ist Blues Can Get is, eine seiner Nummern. Und da habe ich mich dann auch dran gewagt und das war zum Beispiel auch so eine Nummer, wo ich dann mal zwei Tage eingesungen habe und alle haben dann schon gesagt, oh ist gut. Aber ich habe gedacht, nee, es geht noch mehr. Und dann hatte ich einfach, weil die Zeit da war, dann nochmal den ganzen Tag gesungen, bis ich dann sagte, also jetzt ist, glaube ich, also ich kann es jetzt nicht besser. Deshalb ist die Qualität dieser LP so gut, weil man da einfach so viel Zeit hatte, die nichts gekostet hat, außer meine Zeit, also kein Studiogeld, weil man dann eben heutzutage zu Hause gut aufnehmen kann. Und bei mir, der Raum klingt jetzt auch gut, das ist jetzt einfach auch Glück, weil er so schön geschnitten ist und so voll ist. Dazu muss man sagen, für die Leute, die es interessiert, sie gibt es nicht mehr auf CD, es gibt die nur digital und als Platte. Genau, das war dann auch so eine Idee, dann auch wieder so eine, hatte vorhin, glaube ich, immer gesagt, manchmal denke ich so und dann kann ich auch stur sein und dann habe ich gesagt, die gibt es nur auf Vinyl und nicht auf CD. Manchmal gab es Momente, da habe ich es auch bereut, weil sehr viele fragten, ich glaube, ich hätte schon ein paar hundert CDs schon verkaufen können. Aber jetzt habe ich es so gemacht und ich glaube, die Tendenz geht jetzt von der CD weg. Das merkt jeder, der sich ein neues Auto kauft, da ist kein CD-Laufwerk mehr drin. Wenn man sich so ein Laptop kauft, ist kein CD-Laufwerk mehr drin. Das Ende der CD-Ära ist schon von der Industrie eingeläutet. Und wir in Deutschland sind noch so mit, die letzte Insel und Japan, glaube ich noch, wo das läuft. Also ich habe Tedeschi Trucks, die waren mal hier und da war ich natürlich in Bochum, im Kongresszentrum haben die gespielt. Die haben keine CDs beim Merchandising-Stand, nur T-Shirts. Ich glaube, in Amerika kauft keiner mehr. Nee, schon noch mal nicht. Irgendwie eine CD. Möchtest du die Platte verlosen? Die können wir verlosen. Signierst du sie? Ja, klar. Ihr seid dann aufgerufen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an cr-cr.de. Die E-Mail-Adresse wird uns der Jochen dann für euch einblenden. Einfach eine E-Mail schreiben, dass ihr Interesse an der Platte habt und dann verlosen wir die unter all den Einsendern. Danke dafür. Du bist damit auf Tour? Ich bin auf Tour damit und Jens ist zum zweiten Mal Vater geworden, deshalb bin ich mit dem Paddy Boy Zimmermann, ist mein Tourpartner. Und der ist jetzt keine B-Variante, sondern genauso vielseitig wie Jens. Und mit dem mache ich jetzt gerade, ich habe so Tempa-Red-Stücke entdeckt, so ganz an alter Blusa. Und dann machen wir, dass das alt klingt, machen wir so ein paar neue Stücke jetzt, haben schon dieser quasi Tempa-Red in neu. Und der Paddy singt auch gut und dann singen wir teilweise den ganzen Song zusammen. Das hat so eine gute Laune-Blues auch. Und der Paddy ist wirklich super toll und hat dann auch so einen Looper und ist da wirklich super versiert. Und da haben wir, das ist so dann mein Projekt, wo ich dann eben auch zeige, wie toll ich Mundharmonika spielen kann. Da sind jetzt wirklich Kunststückchen drauf. Also das ist jetzt in verschiedenen Positionen, auch mal mit der chromatischen Mundharmonika, das sind so ausgefuchste Sachen. Bei dem Chris Krammann Beatboxing Blues bin ich auch Teamplayer, wo dann eben, der Sean ist einfach zu genial auf der Gitarre. Der braucht dann auch so die, wo ich dann auch sehr gerne Rhythmusgitarre spiele. Der Kevin, der Beatboxer, wäre Sünder, wenn man dem nicht Freiraum lassen würde für all seine Soli. Man denkt auch immer jedes Mal, der hat wieder einen neuen Trick. Und da, das ist dann wirklich insgesamt toll und wir spielen dann auch schon Stadtfeste und so. Also wir sind jetzt noch unterwegs und machen auch Kinderprojekte mit den dreien, das klappt super. Aber hier bin ich dann jetzt der alleinige Sänger und zeige halt so, bei jeder Nummer, da spiele ich halt nicht Rhythmusgitarre, sondern zeige ich nur, wie ich das spielen kann und da verwirkliche ich mich dann auch live mit Paddy im Duo. Und das ist sehr, also ich freue mich, wenn dann vielleicht der eine oder andere vorbei kommt. Die Termine dazu findet ihr auf Chris Homepage, auch die Adresse werden wir dann einblenden. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass viele der Zuschauer dann auch kommen werden, denn du bist immer eine Reise wert, das kann ich nur so sagen. So, über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen und das möchte ich abschließend noch ansprechen. Du bist absolut aktiv in der Nachwuchsförderung und auch bei der Akquise junger Talente, denn du arbeitest seit 2015 sehr intensiv mit und für Kinder. Ja, das hat sich so entwickelt und fing 2013 an, da war ich immerhin schon 43 und wusste, dass es Sponsoren gibt und so, aber das war wie so ein Paralleluniversum, das hatte mit mir nichts zu tun. Und da bin ich dann aber mal auf die Idee gekommen, in Mahl meiner Geburtsstadt, da hatte ich ein paar Jahre, hatte ich mich da haar gemacht. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich da, und da will ich jetzt so ein Bluesfestival, oder sagen, ein Bluesabendfestival ist immer so ein großes Wort, ein Bluesabend machen. Und da bin ich zur örtlichen Sparkasse und wollte von denen ein paar tausend Euro haben, damit die mich unterstützen. Und auch da habe ich mich wieder vorbereitet, welche Widerstände könnte es geben. Und dann hatte ich gedacht, ich würde auch mal durch Schulen gehen und so Projekte machen. Ich habe da so eine Idee, ich glaube, das könnte ich ganz gut. Und in dem Gespräch, da saßen dann mehrere Herrschaften von der Bank, fragte dann auch, dann habe ich dazu erzählt, und dann fragte mich dann die Dame, was willst du und was kostet das? Und dann dachte ich so, ich sage fast jetzt original, was ich gesagt habe, das hört sich so an, als ob ich da nochmal nach mehr Geld fragen könnte. Ich will das aber an der Stelle nicht tun, weil ich selbst noch nicht weiß, ob ich das Geld wert bin. Ich habe so die Idee, ich könnte das gut, ich kann das jetzt aber nicht sagen. Aber das würde ich jetzt so einfach mal machen. Und falls ich das gut mache und man das nochmal macht, dann würde ich auch nach Geld fragen. Und ich glaube, das kam sehr gut an, so diese Denke. Weil sonst viele wollen dann immer sofort viel. Und dann haben die mir dann das Geld, was ich fürs Festival haben wollte, gegeben. Dann konnte ich dazu ein bisschen, dann konnte ich eine andere Band, und ich hatte damals auch eine tolle Band mit Charlie T. am Schlagzeug, also von Westernhagen, der Bassist, Martin Engelin, Klaus Lage, Dennis Hormes an der Gitarre, der mit Bossos und DJ Bobo und auch so ein Wunderkind. Und dann konnte ich auch noch eine Frau bringen und der konnte ich dann, also das hat alles irgendwie so geklappt und war dann auch voll. Und die Kindersachen haben auch geklappt. Und da war dann auf einmal, dass dann eine Rektorin sagte zu den Kindern in der Grundschule, hört mal auf den Froschkönig-Blues, wenn ihr den singt. Der hat schon tolle Texte, der Herr Kramer. Und da hat die quasi auch so einen Stahlknopf gedrückt, weil ich hatte das eigentlich eher so für die Generationen geschrieben, die noch ein bisschen älter ist als ich, die mit den Rolling Stones groß geworden sind. Und nicht für Kinder. Und dann fing ich an zu arbeiten und dann habe ich die Geschichte der kleinen Lundharmoniker geschrieben, wie sie erst von den anderen Instrumenten verstoßen wird, weil sie so klein ist und nicht alle Töne hat. Hier kann man dann so erklären, das versteht dann jeder, Klavier, Tastatur, schwarze und weiße Tasten. Hier werden erstmal nur die weißen Tasten drauf und die anderen Töne, die schwarzen Töne fehlen. Und die kriegt man dann durch die Bendings. Dann kriegt man die Zwischentöne so raus. Und das muss die Lundharmoniker erst lernen und dann merkt sie, ja, ich kann das doch, ich bin doch mehr wert, als die anderen denken. Und dann geht sie in eine Reise, lernt viele Musiker kennen und die Zusammenfassung ist dann, so wie in der kleinen Lundharmoniker mehr steckt, steckt auch mehr in dir. Auch wenn du erst neun oder zehn Jahre alt bist, du bist auch was Besonderes. Und das hat dann Menschen gerührt. Und dann eben auch die Sparkasse, die dann auch sagte, dein Parlamusical unterstützen wir dich. Und dann bin ich durch, und seitdem ist da, man kann sagen, eine freundschaftliche Partnerschaft entstanden, wo ich jedes Jahr verschiedene Sachen umsetzen kann, dank der Hilfe der Sparkasse Fest, in Recklinghausen, im ganzen Kreis. Da war ich dann schon an Schulen und im Ende des Jahres spielen wir dank der Sparkasse auch im Festspielhaus in Recklinghausen. Das ist natürlich irgendwie die schönste Bühne. Das Musical? Das Musical. Cool. Und das ist toll und da bin ich super dankbar. Und die haben dann auch nach ein, zwei Jahren gesagt, Christ, wir empfehlen dir, mach du eine Stiftung. Auch eine gemeinnützige Stiftung. Und dann haben die auch gesagt, weil uns das den rechtlichen Rahmen geben würde, dich weiter zu unterstützen. Und so bin ich da auch nicht von alleine drauf gekommen. Und dann hat mir das in der Pandemie jetzt auch so ein bisschen den Hintern gerettet, weil es so viele Fördermittel gab. Und dann konnte ich dann als Stiftung auch mal beim Bund sagen, ich bin Stiftung, anerkennter Träger der Jugendhilfe nach Paragraphen. Ja, stimmt. Was haben sie denn? Das soll aber ganz einfach sein. Ich sage, einfacher als ein- und ausatmen geht nicht. Und das ist das. Und jedes Kind kann, und wenn es jetzt um Integration geht, auch Kinder in der Ukraine oder aus Syrien atmen ein und aus. Und hier muss man nur wissen, aus, ein- und das kann ich auch noch mit Händen. Und dann kann ich Kindern, wenn ich denen alle meine Ähnchen und Tänzchen klein beibringe, oder auch mein eigenes Lied, ich bin die kleine Unterhung, deutsche Kultur, Musikkultur beibringen und die einbauen. Oder bis zum bestimmten Grad bei Inklusion geht es auch noch. Ich bin natürlich kein Sonderpädagoge, aber das ist dann schön, gerade wenn man so dann vom Blues kommt, hat man immer so ein Herz für die Schlechteren oder die Gehandiketten. Und wenn man da dann Leuten eine Freude macht, oder wenn wir an Hauptschulen sind, da sind dann schon Kinder sehr schlusslich enttäuscht. Und das ist dann schon auch teilweise traurig, aber dann auch wunderschön zugleich, weil so ein paar erreicht man dann doch, und die Lehrer sind dann und sagen, boah, wie geht das jetzt? Gibt es aktuell Termine, dass du gerade im Moment an Schulen bist, oder ruht das im Moment? Ich habe mir jetzt zwei Monate freigenommen, wegen der Geburt meines Sohnes. Und auch, weil immer am Jahresende arbeite ich fast jeden Tag, weil dann alle auf die Idee merken, wir müssen noch Geld loswerden, wir haben dann hier noch Töpfe, und können sie noch kommen, können sie auch fünfmal kommen. Und dann mache ich halt meine verschiedenen Projekte, und teilweise eben auch mit Beatbox und Blues, weil dann mache ich eine klasse Fit unter Monika, Kevin bringt den Beatboxen bei, die in Sekunden lieben die dann alle, mit einer ... Ja, klar. Ja, welche Geräusche macht er dann, ne? Und Sean ist natürlich auch so ein großer, gutaussehender Typ, mit Tattoos und spielt Gitarre, und der singt dann mit denen, und dann fügen wir die Gruppen zusammen, und dann haben wir 90 Kinder und dann teilweise doppelt so viele Eltern, und dann ist der Laden schon voll, und dann kommen noch ein paar andere. Und auch da haben wir in Herthen im Schlosspark in der Orangerie gespielt, im letzten Sommer, richtig heiß. Und auch von der Sparkasse, und das war auch, also die hatten gar nicht genug Stühle da. Bist du damit ein Exot, oder ist das eigentlich an den Schulen mittlerweile so gängige Praxis, dass Musiker da hingehen und sagen, ich spiele vor Kindern. Früher gab es in der DDR zum Beispiel Schülerkonzerte, ganze Bands sind in die Schule gegangen und haben dann Unterricht gemacht. Es gibt eine Sache, die kommt aus Amerika, die nennt sich Blues at School, und da geht es dann wohl darum, die Bluesmusik oder vielleicht auch spezielle Instrumente vorzustellen. Und ich habe es ein bisschen abgewandelt, wir haben auch fünf verschiedene Projekte, ein Projekt heißt dann Music at School, und da fange ich dann an mit Gospel, ich singe dann so ohne Mikro, Go Down Moses und erkläre dann, dass ich jetzt einfach mit meiner Stimme Gefühle umsetze und dann springen wir zu den Hip-Hopern und Rappern, die machen das auch. Und dann erzählen wir die Geschichte quasi vom Gospel über Blues bis hin zu Eminem, Hip-Hop und jeder von uns erzählt dann 20 Minuten, und Sean macht dann, war das ein Gitarrenriff, er war Jimmy Hendrix, dann vom Blues zum Rock'n'Roll kommen wir dann natürlich zu Elvis, im Sun-Studio, wir waren ja auch da, und durften das Mikro berühren, vom King, vom Rock'n'Roll. Und da hat mal eine Lehrerin gesagt, ich brauche ein Schuljahr, ihr braucht eine Stunde, und ihr seid besser. Weil wir natürlich dann die, da ist es vielleicht auch ungerecht, das mit einer Lehrerin zu vergleichen, aber der Vergleich kann man von ihr selber, weil wir natürlich dann, wenn Kevin so loslegt, und dann erklärt, warum Hip-Hop Hip-Hop heißt, und wir spielen halt gut, und dann kriegen wir dann auch Oberstufen, Kinder, die dann so in der Pubertät sind, und manchmal schwierig sind, die hören dann gebannt zu. Und so haben wir verschiedene Projekte, und die Schulen haben halt teilweise Geld, oder ich hole Geld über meine Stiftung, und kann dann sagen, ich habe Geld, haben Sie Zeit, ist bezahlt. Und dann sagen trotzdem noch viele Schulen, nein, weil die dann irgendwie, oder beantworten die E-Mail nicht, dann muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen, aber dann muss man da nachhaken, und dann findet man schon, dann sind die dankbar, und so habe ich verschiedene Projekte viel. Auch das ist zu empfehlen, wer es sieht, Chris ist buchbar, in jeder Form, mit jeder Kunst, die er macht. Damit sind wir am Ende, lieber Chris, ich möchte noch mal daran erinnern, die Platte gibt es zu gewinnen, signiert von Chris, einfach eine E-Mail an mich schreiben, und dann werden wir die verlosen. Ich bedanke mich, dass du hier warst, hat mich sehr gefreut, mein Lieber, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und Einschalten, verabschiede mich bis zum nächsten Monat, da haben wir einen Schauspieler, einen Musiker und Schauspieler, also ein Gesamtkunstwerk, nämlich Willi Tomczyk wird mein Gast sein. Euch wünsche ich eine schöne Karnevalszeit, bedanke mich bei meinem Team hier im Studio, und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.